So Bis dass der Tod entscheidet Teil 3 und hoffentlich heute mal mit dem Sieg Ja ist halt blöd, wenn du dann wirklich nur von zwei Seiten eingekesselt wirst, ist das echt so Mhm Dann hast du Katze gar nichts machen Wie gesagt Der hat nur eine beschissene Mülltonne als Schutz Ich hab noch zu zweit hinter der Mülltonne, ja Den einen hatte ich fast gehabt, den Ninja Gamer, der hat glaube ich irgendwie gar nichts mehr an dem gehabt Aber dadurch, dass der sich immer wieder versteckt hat und der andere dann drauf geschossen hat, der natürlich noch volles Leben hat Und schon wieder ich, diesmal als pinkes Team Die da sind wie rotend Ja, du kannst gar nicht, du kannst gar nicht rumjoinen Ja, aber warum der das nicht mal ein bisschen Der hat die Teamausgewogenheit aus Der hat deswegen Kannst du mit dem Mixer nicht durch Der spielt halt nicht immer, es sind immer dieselben Teams Wie der hier Ninja Gamer und Lil X irgendwas Der muss die, äh, normalerweise muss er die rausnehmen, weil dann kann der den wechselt ja immer mal durch Jetzt sind wir hier das Handy Chancen, ne? Äh, naja, wir sind, äh, an dem, an dem Hotel Na, da, wo Trevor, äh Ah, an dem Hotel sind wir Ja Nur die, die Anna da, die Nutte da rausholen muss Ja Was denn? Ja 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 Da spiel ist eh ab 18, da ist es mir egal Da hinten steht blieb ein Lieder Aber ich musste die zuerst rausnehmen, dann hast du ein bisschen Links drin Ja Ninja Gamer hat den geholt Das will ich sagen, aber sind auch bei anderen Hauses auch nicht Nein, 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 nein Ja, die Chis natürlich wissen wir, wo ich stehe Ja Der eine ist oben, der andere ist unten, ey Ja, ja, nein, die stehen, also ich hab, wie war das, ne? Ich hab, ich hab sie getötet, ja Ja, scheiße, weil ich war auf das andere auf diesen Ninja Gamer drauf Die stehen unten an dem Container, weißt du? Ja, ja, ich seh's schon Der eine hinter der Müllton und der andere direkt hinter der Mauer Schade, ey, den hätte ich so gern mitgenommen, den Ninja Gamer, der hat mich gar nicht gecheckt Weil der hat einen komischen Sushi-Rollen da die ganze Zeit Ja, die musst du rausnehmen, dann hast du Schade Der eine steht hinter dem Pfosten, der Ninja Gamer Ja, 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 aber ich muss erstmal in Deckung gehen, weil sonst, äh Ja, ihr müsst euch, wenn ihr zusammenbleibt, dann leitet sich eure Energie wieder auf Ja, ich komm jetzt nur hier schlecht weg Ja, die sind nicht ohne, definitiv nicht Die haben auch schon die ersten beiden Dinger gewonnen Komm, ruhig zu euch Nein, ach Scheiße Ich erge mich, Gott Die zwei, die... Ja, ich musste so schön wegnehmen als erstes, dann hast du da echt... Die sind doch hier sehr stark und als Team sehr gut Ja, nochmal gucken Scheiße Ich muss doch nicht gegen die jetzt verbünden Ja, nur die Spawn-Punkte ist ja auch noch so eine Sache, ne Ja, nein, also ich hab sie ja vor mir gehabt Wie gesagt, den einen hätte ich ja... Den Ninja-Dings hätte ich etwas weggehabt Der hat das gar nicht mitbekommen, weil der, glaub ich, auf dem anderen Team drauf war Und, äh, dann nicht den gehabt, aber dann kamst du und hast mir ein Baby weggenommen Sonst hätte ich den gehabt Ja, ich kann euch ja schlecht verschonen, nur weil... Ei, 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 mein Gott, alles gut Alles ist gut Dafür ist das Spiel da Und dafür ist der Modus da Ich bin... Du hast mein Baby weggenommen Ja, mein Baby weggenommen Oh, ich bin ja weg Pass auf, da ist irgendwo Team Lila Da vorne Sei vorsichtig Ich weiß noch nicht wo Da! Der hat auch gar nichts mehr, der Typ Der hat ins Haft Ach, scheiße Aber schön, gibt er dem doch... Gibt er sich selber noch mit der Waffe einen Headshot Oh nein, mein Patas geht schon Oh, da liegt sie ja Mit den Beinen breit, Mensch Aber Dings ist raus, ne? Lila Team ist raus Von Grünen getötet worden Da magst du... Du magst es halt, wenn irgendwo eine Leiche, äh, Beine breit liegt, ne? Die wärst du wenigstens nicht Und wenn du schnell genug bist, ist das noch warm Und wenn du schnell genug bist, ist das noch warm Ah, zum Grünen, schade Ich war, wenn wir schon nicht gewinnen, dann hoffe ich das wieder schließe Dabei hat dich den einen fast gekillt Ja, ja, der... Wurde von dem zweiten... Die wurden von dem zweiten... Der letzte... Dein Partner wurde von den zwei anderen... Von beiden anderen, äh, eingekesselt Stand genau gegenüber Na, das war nicht so unsere Runde Aber gut, passiert Wie gesagt, trotzdem macht der Spaß Äh, der Demo ist extrem Spaß Ja, wie gesagt, wir können öfter auch mal einfach mal die Modi wechseln Ja, alles gut, wir müssen ja nicht nur ein Glück Wir können jetzt auch in den nächsten Folgen erstmal nur, solange der ja nicht da ist, können wir uns um die Gegnerdinger kümmern Wie gesagt, brennen wir noch was anderes noch machen Ja Runde 3 Hat jetzt noch eine Runde weniger eingestellt, okay Na, nein, wer als erstes zweimal gewonnen hat Ach so, ja, okay, stimmt, weil die ihm gestorben sind Ja, die sind gestorben, ja, stimmt eigentlich Oh, ich muss zurück ins Spielgebiet Äh, geh mal runter da Ist Ist haha die daten weg sauber auf der seite an beiden seiten scheiße ich hatte den 1 fast gehabt der eine war fast tot und der letzte der hat auch nicht mehr so viel vielleicht ein viertel leben schade scheiße die hatten beide nichts mehr die typen und haben es geschafft aber das ist immer durch glaube ich die haben mir glaube ich eben auch gewonnen die team grün ich hatte die vorher schon fast getötet ich auch dann sind sie weggerannt zu euch ja den einen hatte ich schon nicht den der jetzt nicht gekötet hat sondern der andere den hatte ich fast und der ist dann wieder in deckung gegangen und dann stand der eine da und dann wollte ich den auch noch holen und dann ist baby gestorben ja von der einen seite kam die grünen dann und von der anderen dann von den pinken den komplizen da abgeschossen naja ja ah und ist aber team grün starker aber zumindest lila team hat keine schicht diesmal gesehen die haben die ersten beiden runden gewonnen und dann haben sie jetzt keine schicht gesehen dann ist gut dieser leer oder er hat vier kids gemacht aber wie gesagt alles ist gut 14.000 naja so teil 4 oben rechts jetzt haben sie aber ja auf 3 ja dann zwei geschehen das ist wie gesagt bei den bei den votings da bist du jetzt auch anwiesen dass die anderen machen ja ja sonst müssen wir noch mal rausgehen müssen wir noch mal neu laden ja und dann finden wir wieder eine lobby wo kein platz ist das ist auch scheiße ja gucken wir wie es jetzt hier läuft jetzt trägt wieder gerade ein bisschen im ladebild schon weg fest ich jetzt ich 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 So, jetzt sind wir drin hier. So, wir haben den zweiten Teil. Ach, ich bin schon wieder den. Okay. Na gut, warte mal.